Liebe Gemeindemitglieder, für unseren Gottesdienst am Karfreitag brauchen wir Ihre und eure Hilfe. Schickt uns Bilder von euren Kreuzen. Seien es Hofkreuze, seien es Kreuze, die ihr in euren Wohnungen habt, Kreuze, die euch etwas bedeuten. Oder ihr oder sie malt Bilder von diesen Kreuzen. Schickt uns diese Kreuze an die unten eingeblendete E-Mail-Adresse und in unserem Gottesdienst am Karfreitag werdet ihr dann eure Kreuze wiederentdecken. Danke für eure Hilfe.